Wir haben Pantomime gemacht und es war ein bisschen schwierig, weil Charlie ist halt schon, so soll man sagen, sein Material ist einfach nicht so gut. Darum hat er sich schon früh auf seine Körperlichkeit irgendwie verloren. So, Charlie macht jetzt einen Rasensprenger. Moritz macht jetzt eine Velopumpe. Das war's. 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 Das fand ich schwierig, weil ich bin eine andere Gottessahe-Betterie, wie man vielleicht sieht. Ja, ich glaube, man hat es probiert wie ein Melange mit Husten. Die Krabbe. Wir haben ein paar Videos geschaut und die essen mega grusig. Als wenn sie wirklich zuschauen. Mit Deutsch. Die Krabbe. Wir sind gerne qualifiziert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.